So viel zu Biohazard oder wie? Ich stelle fest, ich brauche definitiv mehr Hack-Qualitäten. Ich glaube, ich muss speichern. Ich habe das Gefühl, dass ich hier gleich das Leben lasse. Aber mal sowas von. Oh, hi! Na, Freund der Sonne? Ja, komm hier! Ach, nee. Ja, komm, greif an! Und BÄM! Ich habe deine Angriff-Taktik durchschaut oder so. Hier komme ich anscheinend nicht durch. Sieht aber sehr interessant aus mit den Kratzern. Ich möchte hoffen... Oh. Research-Software. Was bringt mir das? Moment, ich hatte ich nicht gerade... Nee, hatte ich nicht. Oder? Nee, hatte ich nicht. Ich hatte gedacht, ich hätte einen... ...Log. BÄM! Und BÄM! Von hinten. Konntest nichts dagegen tun. Nö? Das gefällt mir. Ähm. Ich sollte zu... Ich sollte aufpassen, meine ich. Wegen Security-Cameras und so. Ich bin schon wieder ein bisschen zu... ...unvorsichtig hier. Ich spiele übrigens auf normal. Falls ich das noch nicht erwähnt haben sollte. Ich glaube, das habe ich noch nicht erwähnt. Ähm. Wegen... Zum ersten Mal und so. Medical Hypo, sehr gut. Security-Camera. Komm her. Komm hoch. Ich möchte ungern zu dir runtersteigen. Das können wir auch anders regeln. Wenn du das meinst. er guckte schon irgendwie sehr sehr lieb und so fühle ich mich jetzt ein bisschen schlecht ich kann ja echt nichts nachgucken ich kann den mülleimer durchsuchen wenn ich wahnsinn okay das ist das erste was ich demnächst warum was sind das für dinge die mir gerade angezeigt werden werden die mir schon immer angezeigt oder bin ich hier diese 270 und 0 und 90 und 180 und das ist die grad zahl ich bin verwirrt ich sollte mich da value rep nichts erst mal danke what habe ich denn überhaupt kein access zu nichts das ist so traurig ich bin mir unsicher ob ich alles durchsucht habe ich glaube schon weil hier war nichts zu holen eigentlich oder habe ich etwas elementares vergessen und im ernst was ist das wird 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 das war doch vorher noch nicht da da muss ich nachher mal nachgucken also ach kompass war das ne habe ich k gedrückt ah der kompass ok kompass interface als ich habe mich selbst verkehrt sorry people es wird nicht besser ich meine dass ich irgendwo eine keycard aufgesammelt habe aber für was die jetzt genau war ich weiß es nicht und hier will ich immer noch nicht hin weil ich das gefühl habe dass mich dieses ding dann da hinten weg schießt obwohl ich mich natürlich frage was sich da unten befindet weil ich frage mich dass das passiert dann nicht weiter doch passiert wohl das passiert im hintergrund weiter oder vertue ich mich da jetzt zwar jetzt gerade bei 4,2 prozent ich jetzt einfach ein bisschen mehr durch die gegend hier und gucke ob das weiter im hintergrund läuft ja sehr gut gut zu wissen hätte mir mal einer sagen können warum sagt mir das dann keiner ich bin ja der einzige der mit mir redet ach gottchen was tun was tun spiel biohazard ja safety first ne ja ja mh matt oh god wo kommst du denn her kollege du warst doch vorher noch nicht hier das stimmt ich wollte ja noch so ein aufladding finden äh richtig aufladding das habe ich schon längst wieder vergessen das gibt es ja hinten irgendwo da wo wir hergekommen sind wenn ich denn da noch hin kann was ich davon nicht ausgehe rein theoretisch äh hier war doch so ein aufladding oder nicht irgendwo hier vielleicht nicht aber hier irgendwo eventuell auch nicht ach ja da war ja was ich kann ja nicht hacken ich bin ja zu schlecht ähm aufladding irgendwo war hier ein aufladding das kann mir keiner erzählen dass hier nirgends ein aufladding war ach kinos ich übersehe etwas wahrscheinlich gerade dran vorbei gelaufen irgendwo irgendwo gibt es hier eins bin mir ziemlich sicher fm ok ah sehr gut sehr gut dann gehe ich mal eben chemical suchen und erholen und dann äh wo waren die chemicals nochmal gleich hier ich bin so verwirrt das ist das ist doch unnormal wir waren die auch nicht waren da hinten hier waren sie ja ja äh nam 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 muss ich die da einfach rein ziehen ne muss ich nicht das ist das ist sehr gut fantastisch wo kommst du denn her bitte kannst du mir das mal sagen ich wäre ja dafür wenn einer von euch mal so ein ding droppen würde ähm ach ich weiß das doch auch nicht wo ist das aufladding das war doch mal hier irgendwo ich bin mir ziemlich sicher dass ich mir dass ich hier mal eins irgendwo gesehen habe aha diese spiele verwirren mich moment kann ich das irgendwie auf der karte sehen ich befinde mich gerade hier so wie das aussieht ähm rnd brr elevator cyro äh cryo science nicht die leiseste ahnung muss ich ganz ehrlich sagen da habe ich noch eine aufgeladene ne moment ne ich brauch we're dead power cell oh arf 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 Nein, das Spiel verwirrt mich nicht oder so. Es wirkt vielleicht auf den ersten Blick einfach nur so. Yay! Das gucke ich mir gleich mal an, was sie da rausgefunden haben. Ihr könnt mich nicht verarschen. Irgendwo war hier irgend so ein Aufladegedöns. Irgendwo war doch so ein Aufladegedöns. Können wir doch nicht erzählen, dass hier kein Aufladegedöns war. Jetzt habe ich mir selbst wehgetan, nur weil ich so ein Aufladegedöns suchen wollte. Von Braun, du machst mich wahnsinnig. Von Braun. Von Braun. Mann, oh. Ich kann nicht mehr da durch. Das war so ein Schleusengedöns. Crap! Ach, das Aufladegedöns war vor dem Schleusenkram-Dings, glaube ich. Ich habe sechs. Ich habe sechs. Ich brauche Hack. Und ich kann nicht Hack, weil ich habe sechs und keine... Das war klar. Das war so klar. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier nicht weitergeht. Es geht nirgends weiter, weil ich bin zu ungeskillt. So, mal gucken hier. End. Strength, Psy, Agi. Psyp. Ja, ich habe nur sechs. Also könnte ich Psy und Agi noch hoch, aber mach ich nicht. Ne, seh ich nicht ein. Ich verwirre mich lieber weiter selbst. Ach! Oder bring mich einfach selbst oben, indem ich unter einem Fahrstuhl stehe. Dieses Spiel. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist ein guter... Ein sehr, sehr guter... Sehr, sehr guter Zeitpunkt, um für heute Schluss zu machen. Und beim nächsten Mal weiterzumachen. Ich bin begeistert. Also, das erste Mal, dass ich das hier spiele und wenn man sich an die Grafik gewöhnt hat, die... Ja, Grafik. Die auch mit Mods nicht zeitgemäß ist. Natürlich nicht, weil das Spiel ist 13, 14 Jahre alt. Geil! Muss ich zugeben. Also, äh... Ja. Wird weitergemacht, auf jeden Fall. Es macht Spaß. Und ist definitiv interessant. Und, ja. Wenn ihr das genauso seht, dann, äh... Danke fürs Zugucken. Und so weiter und so fort. Und ich hoffe, ich, äh... Sehe euch, in Anführungszeichen, beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ne? Genau. Ja. Tschüss. 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 Tschüss.